Mein Name ist Christoph Buchmann, ich bin Teamleiter des Teams Infrastructure Services und bin gleichzeitig Techniker für die Bereiche AX, Linux und Storage. In meiner Rolle als Teamleiter führe ich ein Team, das zwischen Wien und Salzburg verteilt ist. In meiner Rolle als Techniker bin ich viel beim Kunden, aber betreibe auch unsere Systeme im Data Center. Das Besondere an meinem Job ist die Abwechslung. Ich sehe regelmäßig andere Büros, andere Kunden. Ich bin regelmäßig mit neuen Problemen konfrontiert, mit neuen Aufgabestellungen. Das sehe ich als besondere Herausforderung und das ist, was meinen Job für mich interessant macht. Mein Werdegang ist, ich habe Genetik studiert, Biologie, habe das Studium abgebrochen, habe das gearbeitet, diverse Jobs als Freelancer getätigt, bin immer mehr in die LV-Branche gerutscht und bin letztlich zur Axiants, damals ILS gekommen und bin dort im Bereich AX eingestiegen und habe mich vertieft in diesem Bereich.